In OML wird jedem Attribut ein Datentyp zugewiesen. Dieser bestimmt, welchen Wertebereich das Attribut einnehmen kann. Sehen wir uns gemeinsam an, welche Datentypen OML zur Verfügung stellt, beziehungsweise wie man selbst Datentypen definieren kann. Datentypen kennen wir ja schon aus dem Zusammenhang mit Attributen. Wir wissen, dass wir für jedes Attribut einer Klasse auch dessen Datentyp angeben müssen. Was ist also jetzt der Unterschied zwischen Datentypen und Klassen? Die Instanzen von Klassen sind Objekte. Objekte kann ich über deren Object ID eindeutig identifizieren. Die Instanzen der Datentypen sind einfache Werte ohne jegliche ID. Und das ist auch der größte Unterschied zwischen Werten und Objekten. Die Notation von Datentypen ist relativ einfach und sehr ähnlich zu der von Klassen. Man setzt sie nur halt sehr, sehr selten ein. Denn Datentypen werden als Rechteck dargestellt und im ersten Abschnitt befindet sich neben dem Namen des Datentyps auch das Schlüsselwort Data Type innerhalb von Spitzklammern. Wir unterscheiden verschiedene Arten von Datentypen. Am häufigsten sind sogenannte primitive Datentypen ohne innere Struktur. Aber für viele vielleicht überraschend kann es in UML auch Datentypen geben, die selbst Attribute oder sogar Operationen haben. Das sehen wir auch hier an diesem Beispiel. Wir definieren einen Datentyp Date und Date hat selbst die Attribute Tag, Monat und Jahr, die dann wiederum selbst primitive Datentypen sind. Zusätzlich gibt es dann auch noch das Konzept der Aufzählungsdatentypen. Am häufigsten werden bei der Angabe von Attributen natürlich primitive Datentypen eingesetzt. Primitive Datentypen sind diejenigen, für die man dann bei der Instanzierung nur einen Wert angibt. Das heißt, die keine interne Struktur, keine internen Attribute haben. Und daher definiert zum Beispiel die Unified Modeling Language auch eine Reihe von vordefinierten primitiven Datentypen. Als Beispiele sind hier angegeben Boolean, Integer, Unlimited Natural, String und so weiter. Wenn ein Datentyp in der UML Ihnen noch gar nicht zur Verfügung steht, können Sie diesen auch selbst anlegen. Das haben wir auf der vorherigen Folie schon gesehen, wie man einen Datentypen selbst definiert. Wenn es ein primitiver Datentyp ist, kann man als Schlüsselwort nicht nur Data Type, sondern gleich als Schlüsselwort Primitive angeben. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, den Wertebereich für diesen Datentyp genau festzulegen. So werde ich arbeiten, wenn ich konzeptuell modelliere. Das heißt, mit den UML vordefinierten primitiven Datentypen und mit den vielleicht notwendigen selbst definierten Datentypen. Wenn ich aber ein Modell erstelle für eine spezifische Plattform, das heißt, wenn ich genau weiß, welche Programmiersprache ich später verwenden möchte, dann ist es doch besser fast, wenn ich die Datentypen dieser Programmiersprache gleich in der Modellierung verwende. Und aus diesem Grund stellen Ihnen die meisten UML-Tools auch die Datentypen für die populärsten Programmiersprachen zur Verfügung, wo Sie können diese gleich direkt bei der UML-Modellierung verwenden. Ein durchaus populärer Datentyp ist auch der Aufzählungsdatentyp. Auf Englisch wird dieser als Enumeration bezeichnet. Unter diesem Begriff kennen Sie ihn vielleicht auch aus der Programmierung. Beim Aufzählungsdatentyp wird der Wertebereich einfach durch Aufzählung aller möglicher Werte definiert. Sehen wir uns das an einem Beispiel hier unten an. Wir erstellen den Datentyp E-Roll, indem wir ein Rechteck angeben und den Namen eben im ersten Abschnitt definieren. Zusätzlich definieren wir ihn als Aufzählungsdatentyp durch Angabe des Schlüsselwortes Enumeration in Spitzklammern. Und im zweiten Abschnitt legen wir alle möglichen Werte für diesen Aufzählungstyp fest. Das wären im konkreten Fall die Werte Lecturer, Tutor und Examiner. Bei der Definition eines Attributes kann ich nun diesen Aufzählungsdatentyp verwenden. Zum Beispiel haben wir das Attribut Role in der Klasse Person. Das hat als Datentyp E-Roll und bei der Instanzierung einer Person wird als Rolle eben einer dieser drei Werte, Lecturer, Tutor oder Examiner konkret instanziert. Wir sind nun nicht nur in der Lage, alle von UML vordefinierten Datentypen zu verwenden, sondern können auch unsere eigenen Datentypen definieren. Somit haben wir alle wichtigen Konzepte des UML-Klassendiagramms kennengelernt. Im Bonus-Teil zeigen wir noch, wie wir von UML-Klassendiagrammen in Code kommen und auch wieder zurück. Zusätzlich gibt es auch noch einen Bonus-Teil für das Paketdiagramm.